Ja, hab ich noch was? Was hab ich sonst da drinnen diese Woche? Ich krieg manchmal auch, aber da kann ich mit dir wahrscheinlich nicht drüber schmerzen, da brauch ich einen Kahnfried. Okay. Hallo, ihr Lieben, es ist der Birger, Flojan. Hallo. Wir haben heute schon wieder bloß zwei Drittel, weil er schon wieder Muschi-Aids in der Knie schau mal hat. Und ob du das glaubst oder nicht, das ist er. Und das ist, schwöre ich schon, Drei-Viertel-Wirtschaft. Zwei Drittel. Scheiße, zwei Drittel-Wirtschaft. Ich muss vielleicht ein bisschen bloß. Ah. Sie sind gut. Göstlich. So, haben wir schon wieder zu zweit da. Yay. Es passiert auffällig oft 2024. Ja, es soll Leute geben, die... Es wird ja wirklich gescheit gezeugt. Und dann sind es wieder alle zwei geworden. Aber sie haben ja im Game Schein entdeckt. Normalerweise stellt den der Bergdoktor aus. BKK-Urlaub. BKK-Urlaub. Ich bin der Bergdoktor, der Bergdoktor-Urlaub. Ja, da habe ich auch schon mal eine Krankschreibung gekriegt. Was hast du schon mal eine gekriegt? Ja, von dir. Echt? Da habe ich noch daheim. Für Notfälle. Was? Die schicke ich da irgendwann einmal, wenn ich nicht konnte. Ohne Bergdoktor habe ich mich angeschrieben. So, heute ist es so ein Tag. Ich habe nichts anderes im Shell außer Last Epoch. Ich auch. Du auch. Ich habe es mir sogar mal gemacht. Ich habe nichts zerrissen die Woche. Nur absolut Faktor durch. Ich habe ein Södermarke-Video gemacht. Das war das einzige Produktive, was ich die Woche durch habe. Und das sieht nicht sehr produktiv aus, tatsächlich. Wirklich? Der Alltag. Genau. Und was geht es so genau bei Last Epoch? Epoch. Nein, ich hoffe, dass man süß... Wie wird das ausgesprochen? Epoch. Epoch, glaube ich. Ich weiß nicht, ob Epoch richtig, glaube ich, ist über Last Epoch. Epoch. Epoch, wenn ich mir irgendwelche Ami-Youtuber ausschaue, die sagen alle Last Epoch. Epoch. Epoch, glaube ich, sagen die nicht. Okay. Kann der Amerikaner überhaupt... Kann der Amerikaner überhaupt was aus Pumpen schmeißen? Pumpen schmeißen und Orangenwein. Sometimes I missly. How I pronounce? Dinger. Ich habe irgendwas gelesen, der Trump ist pleite. Ja, der kann heute 500 Millionen Euro nicht zahlen, leider, glaube ich. Scheiße, das ist blöd, wie man es nicht auf der Hund kannten hat. 500 Millionen, stell dir vor, hey, was würdest du denn mit 500 Millionen? Ausgeben. Ausgeben. Alter, die, ne, ich bin... Spaß haben wir weg, sei da zulegen. Dann war ich privat hier. Dann war ich privat hier. Dann war ich privat hier. Ja, doch, weil dann bist du... Ja, natürlich, dann nimm 100 Millionen, leg's irgendwo hin. Und mit den anderen... Das fällt dir hier, du fetter... Ich habe es genau gesehen aus dem Bauch, aber es ist ein Wuckerlausser gefallen. Ja. 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 Das war sogar grün. Das war sogar grün. Ja, das ist komisch. Was tatscht mit 500 Millionen? Was war das erste, was du kaufer tatscht? Also so. Ich sag, äh, doch. Ich wüsste tatsächlich was. Ich träume von einem Boot irgendwo in den südlichen Ländern. Das muss kein Yacht oder sonst in der Scheiße. Sondern einfach so ein motorisiertes Segelboot, wo zwei Leute und zwei Hund draufgepassen. Okay. Ja. Da treu ich mich von. Aber wie wär's denn gleich mit einem Zweitwohnsitz da? Ja, mit Madeira, weil dann kannst du den Steuern auch noch sparen. Für 500 Mille kannst du eigentlich tun, was du willst, ja. Ich würde schon da bleiben, glaube ich. Also das würde mir wahrscheinlich die Bude komplett kernsanieren. Ich würde sie nicht wegreißen und eine neue hinbauen, glaube ich, weil ich das einfach... Ich mag die Bude hier. Da habe ich sie Picobello herrichten lassen. So, was tue ich dann mit meinen anderen 499,8 Millionen Euro? Ähm. Ja, 100 Mille würde ich irgendwo hinlegen. Wäre schon passen, keine Ahnung. Einen riesen Tierheim bauen. Ich würde einen Feier abkriegen, ja. Da würden einige im Umkreis sehr viel abkriegen, ja. Und dann die rich doggies rumlaufen. Hunde mit Goldchen. Mit gemütten Goldchen. Mit der Rohdeck. Da würde wahrscheinlich sehr viel Geld hinfließen. Ja, aber dann habe ich immer noch 495 Millionen. Das stimmt. Das stimmt. Da war ja was. Da ist es wurscht einfach. Ich glaube, 500 Mille ist, wenn es nicht völlig ausrastet. Die kann man auch durchwerken, da bin ich mir sicher. Die kann sich durchwerken und wahrscheinlich auch sehr schnell. Ja, kauft man da ein Haus. Das kostet eh bloß... Was kostet so ein super Anwesen in Hollywood? 30 Millionen. Nein, das reicht nicht. 100 Millionen? Nein, ja. Wie sieht man es? 100 Millionen Euro? Backcams und sowas, die haben schon so richtig krass... Aber 100 Millionen. Weißt du, was die an Dingern haben? Das sind ja... Die haben da zum Teil... Ich habe jetzt gelesen, da haben wir Holmes. Der hat ein eigenes Football-Feld und sonst was. Ja, aber 100 Millionen Euro! Ja, vielleicht nicht auf dem Schlag, aber... Jetzt stellt euch nur mal alleine auch die... Was willst du denn das für Unterhaltskosten sein? Wenn du irgendwie 2, 3, 4, 8 Pools hast... Das ist ja das, was dich dann auffrisst, glaube ich. Wenn Leute so im Lotto gewinnen und sie gewinnen, so 2, 3 Millionen, dann hast du eigentlich, wenn sie das richtig macht, hast du eigentlich ausgesagt. Aber wir oft hersten, dass dann sich eine Leute 2 Jahre später... Was weiß ich, wer wird Millionärgewinner und so weiter... 1 Jahr später pleite. Warum? Weil er sich 5 Autos und ein Haus mit Pool und so einen Scheiß kauft. Ja, das kostet ja nichts. Das kostet ja nichts. Ich glaube, Autos sind dann die beste Geldanlage, habe ich gehört. So neue Autos, die musst du dann unbedingt kaufen, wenn du dein Geld anlegen möchtest. Am besten mit Verbrennermotor. Geht das nicht wieder in die andere Richtung so? Weil die ganze Elektroautoscheiße sich herausgestellt so langsam so... Ich glaube, das haut doch nicht so hin, wenn wir uns das vorstellen. Hä? Das ist doch voll gut. Voll gut, ja. Verschrotte dein altes Auto, weil das funktioniert ja noch, und kaufe dir eh ein Auto bitte. Weil das ist viel besser. Und wenn du dann auf der Autobahn stehst... Und es explodiert, ist es halt blöd. Wenn du explodiert, ist es halt blöd. Und wenn dir der Strom ausgeht, auch. Haben mittlerweile Autobahn und Tankstellen, haben die alle ein Stromding? Ich glaube nicht alle, aber es ist mittlerweile... Also mein Bruder, der fährt ja da ab und zu auch diese ganz großen und neuen Karren. Ähm. Ja, so Probe. Und da, wenn du jetzt wirklich mal zum Tanken fährst, also es geht wirklich extrem schnell. Also es ist... Die gehen halt dann, was weiß ich, fahren halt vier, fünfhundert Kilometer. Wenn du so eine Langstrecke vor dir hast, dann machst du da mal in der Hälften, bleckst halt eine Pause. Holst dir da einen Kaffee, das Lott innerhalb von zwanzig Minuten, Lott ist bestimmt wieder drei, vierhundert oder zwei, drei, vierhundert Kilometer auf. Je nachdem wie schnell oder wie groß das Auto halt ist. Das ist heute halt auch für ein Riesenproblem, dass du... Auf wie viele Minuten? Auf zwei, drei Stunden? Nein, spinnst du auf. Da holst du einen Kaffee, trinkst einen Kaffee, eine Viertelstunde, zwanzig Minuten. Das geht extrem schnell. Da jagt es da einiges durch. Hm. Naja, gut. Das ist schon geil. Und kann sich irgendetwas bei E-Auto leisten? Es wurde ja riesengroß versprochen von irgendwelchen Förderungen und so weiter, die dann vor allem so... Doch, keine Förderung. Upsi. Upsi. 60 Milliarden Mino. Das ist schon geil lächerlich eigentlich. Vor allem, wir haben gerade noch überlegt, was machen wir mit 500 Millionen Euro und die kommen mit 60 Milliarden Euro und dann weg. Und dann ist es gegangen. Scheiße. Ja, wisst ihr nicht, ich glaube wirklich auch so eine kleine Bude irgendwo da, wo ich mein Boot habe und was auch immer das war, ist egal. Und einen Anlegeplatz am Hafen, wo ich das Boot sein kann und das war's. Ich glaube, das war das einzige, was ich mir da kaufe. Was darüber zu passen, haben wir doch gerade da über das finanzielle kurz mal gerät. Und da habe ich von ihm einer später verzeiht. Und dem habe ich heute auch ein Video geschickt, wo ich gesagt habe, weil er ist sehr oft in Malle. Wir sollten mal volle Fälle finanzieren. Ob es sich nicht lohnt, aber sie nicht so wirklich ein kleines Anwesen auf dem Malle kauft, weil es für dieses Hotel ist ja doch ganz schön teuer, weil er da zehnmal im Jahr ist. Naja, auf dem Malle vorhin nicht mehr. Da sind Leute so unfreundlich gewesen. Das war Wahnsinn. In jedem Restaurant schauen sie sich bloß an und behandeln den wie ein Stückchen Scheißdreck. Das hätte mir mal jemand sagen können, dass der gemeine Spanier von der Welt so ist. Ja gut, aber du gehst halt auch in ein teures Restaurant gestern einfach ohne zum Stehen. Das würde ich nicht, glaube ich, mit 500 Milliliter. Ich würde mir nicht so supernobel, was soll ich da? Es gibt das geilste Essen gibt es in Familientavernen. Und da kostet das Essen ein Witz. Da kaufst du eine Fischplatte, die kann kein Mensch da fressen. Ja, 15 Euro bitte. Ja, weißt du was, da kriegst du ein Fünferdrinkgeld. Ja, aber vielleicht ist das jetzt dann kein Biofisch. Nein, kein Biofisch. Ich meine Chemofisch. Das ist der Chemofisch. Die haben die Gewässer abgetrennt mit einem Netz. Die waren erst der Bio und die haben dann Chemofisch. Mit einem radioaktiv verstrahlten Netz. Das wäre dann zwei Schwanzflossen. Zwei Schwanzflossen haben, also zwei Schwanzflossen haben nicht alle. Ja gut, ich bin schon steuer. Ich bin schon steuer. Und dann würde ich mich wirklich ganz hart am Arsch lecken lassen. Ja, da würde ich wirklich alle... Ich glaube, ich würde auch so diesen Moment dann wirklich mal Kackendreist ausnutzen mit Angestellten und denen dann wirklich so richtige Kackaufgaben geben. Einfach nur, dass du weißt, du hast... Nein, nicht damit das mal zwei geworden wird. Sogar das mal zwei geworden wird. Nein, da ist es einfach wurscht. Dann stehst du wirklich jeden Tag auf, wann du willst. Du machst und denkst dir erstmal schon, ob es die haben halt. Scheiße, weil es scheißegal ist. Ich habe ja schon mal drüber geredet, glaube ich. Ich habe ja auch jetzt schon eine Putzfrau. Was kosten die? Die kostet 34,95 Stunden brutto. Und... Ich sag was! Ja, das läuft über Firma. Und daher ist das nicht ganz günstig. Die zahl so eine Stunde so 30, 40 Euro. Und die ist so drei Stunden da, alle zwei Ohren. Und die macht ja die Sachen, wo ich keinen Bock drauf habe, zu durchwischen. Also so saugen, das tue ich gern, weil ich habe ja meinen Dyson Staubsauger. Dyson Staubsauger. Das saugen tue ich auch gern, deswegen habe ich zwei Staubsauger-Roboter. Ja, die komme ich halt bei mir nicht hin. Das ist bei mir scheiße, weil ich so verschaffe. Mit fünf Viechern ist das einfach bei 150 Quadratmeter, oder wie viel Quadratmeter hat das? Ich sage mal 100. Und mit fünf Viechern ist das eine absolute... Ich brauche halt eigentlich pro Viech einen Saugroboter, das immer einen Meter hinten neu fährt. Aber du hast doch einen. Einen Gnädel. Einen Saugroboter. Einen Saugroboter. Einen Schlag am Volker. Aber das kann ich leider bei mir nicht hin, oder? Ich habe ja auch schon. Ich habe so die Katzen mit einem langen Fell. Da saugt auch kein Roboter. Das ist los Prollemas. Los Prollemas. Ein Spanisch. Kann ich... Es war Spanisch für kein Problem. Sehr gut. Es war Spanisch für kein Problem. Kein Problem. Finanz- und Sprachtipps. So, wie soll ich es denn? Schaut er noch? An alle Spotify-Zuhörer, diesmal habt ihr wirklich einen Grund, dass in den scheiß YouTube-Kanal... Jetzt weiß ich an wen, dass ihr mich erinnert. Battleboy Basti. Das ist absolut richtig. Ich kann dir aber genau sagen, warum es nur brüllen. Es ist nur die Brille. Ich gebe dir einen richtig guten Tipp, Confred. Ich weiß, dass du die Folge anschauen wirst. Rasier die nie wieder. Just don't. Ich bin nie wieder in die Öffentlichkeit. Lass nie wieder ein Battle von dir machen. Bitte. Niemals. Rasier die nie wieder. Ich würde es aber schon gerne noch mal sehen, wenn er seinen Kinn bohrt und einen Schnäuchzer auch wegrasiert. Oh ja. Das würde ich schon auch gerne noch mal sehen. Dann schau dir wirklich ernst zu ernst aus wie Onkel Werner. Dann schaust du aus wie ein Kinderschönter. Onkel Werner hat 200 Meter Kindergarten. Nein. Der Kiffer darf wenigstens 100 Meter am Kindergarten hin. Der kann ihn nicht auf 200. Da liegt es aber auch an seinem Möbel. Ja, das war eine schöne Aussage. Letztens haben wir ja, leider Gottes, der Titel in der letzten Folge war Söder wann Buberts steuerfrei. Und dann haben wir uns gar nicht so richtig ausgiebig darüber unterhalten, dass es Buberts tatsächlich legal werden soll, unter bestimmten Bedingungen. Und der Söder natürlich, der Söder Macke, es gibt noch einen König Söder Macke, sofort natürlich sagt so, hey, so nicht, Freude der Sonne. Das ist ja, keine Ahnung. Was sagen wir da dazu? Ja, super. Interessiert die das Thema überhaupt? Irgendwie. Nein. Da wird aber jetzt der Konsens dann langsam sagen, ich weiß, dass du nicht rauchst. Leider nicht. Nein, nicht zum Beispiel. Ich dachte, ich glaube, ich schon gerne Küffen. Ich ja auch nicht. Ich dachte, ich dachte, ich glaube, ich schon ganz gerne so nebenbei mal so ein bisschen Küffen, so oft Nacht, aber gemütlich. Aber ich habe das Problem, ich habe nicht geraucht. Und dann ist es ein bisschen blöd. Wenn es mit Tabak mischt, ist es ein Problem. Ja, dann mache ich es pur. Ja, du kaufst dir ein Pfeiferl und tust du da, was weiß ich, 0,1 Gramm Gras alleine zickst dreimal und dann bist du lässig und kannst schlafen wie ein kleiner Schieber wahrscheinlich. Das kann ich so auch. Ja, aber so noch besser. Noch besser? Ja. Habt ihr ein kleiner Schieber? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Es gibt ja was, das macht die, es gibt was, da fangst du einfach grundlos zum Lohen und meinst du bist ein lustiger Typ auf der ganzen Welt. Dafür brauche ich keine Drogen. Fünf Minuten später. Ich bin scheiße, okay. Oh, da geht's halt wieder hin. Nein, ich sag ich schon wieder. Aber ich... Keine Ahnung, ich finde es generell, finde es eine gute Sache, was mich da stickert, das ist es selber anbauen. Das darf ich. Auch wenn ich damit nicht so... Oh, leck. Das darf ich machen wahrscheinlich. Geil. Das darf ich dir auch in dem Outfit sehen, was damals beim Landwirtschafts-Simonato. Das darf ich einfach mit dem Hämmer, mit der Latze und so gut. Das ist ja dann, also es heißt ja, pro Person im Haushalt drei Pflanzen darfst du haben und irgendwie maximal daheim 50 Gramm. Nein, 25, glaube ich. Du darfst dabei haben. Achso. Also ich darf 25 Gramm in meiner Hosentasche. Ich sage ja, wo so Indihidus ist, in Rucksack bin ich nicht mehr, du Vollidiot. Ich wollte, wir hatten 25 Gramm, so. Ich habe keine Ahnung. Das war Händ voll, ich kann es auch nicht abschätzen. Wie groß ist denn der Gramm? Wie viel ist denn das? Ich glaube, dann ist das so 25, so groß. Ein dämliches Maul, du Trottl. Das, was ich nicht ganz verstehe, diese seltsamen Regelungen. Ja, du darfst dann im Monat von, da werden ja diese Vereine da irgendwie gemacht. Ja. Und die kommen erst im Juli. Ja. Dann haben sie sich da schon wieder aufgehört und deswegen wollten sie die ganze Legalisierung abbrechen, weil das ja dann erst, was ist dann in der Übergangszeit? Ja, was ist denn jetzt in der Zeit? Was ist das denn für ein Bullshit? Überleg halt einmal, wir haben ja doch schon vor einem Jahr mal darüber geredet, dass der Lauterbach gesagt hat, alles klar, wir machen mal Bubatz frei. Bubatz ist frei. Und jetzt ist so ein Jahr vergangen und jetzt so, oh scheiße, jetzt kommt morgen im Bundestag, machen wir kurz noch Regeln. Dann machen wir noch schnell Regeln dafür. Ja. Ja, ich verstehe nicht, warum darf ich dann bloß, wieso darf ich 25 Gramm dabei haben? Was ist, wenn es 26 sind? Nein, ist auch nicht zu viel. Ja, ist mir schon. Ja, was soll ich sagen? Was passiert da dann? Oder was ist dann meine Intention, warum darf ich nur 25 und nicht zwei Stunden, wieder dabei haben? Das ist ja schon die erste Frage, für was willst du belangt, dass du ein Gramm zu viel hast oder dass du insgesamt 26 hast? Und wie der Söder Mackie schon sagt, wir sollen das kontrollieren. Da hat er schon nicht ganz unrecht, wir sollten das kontrollieren, aber jetzt kontrolliert ja auch schon jemand, Leute, ob es auf Drogen kontrollieren kann. Also wenn es jetzt auf die 100 Meter ankommt, wenn du jetzt die Frage auf die hinaus möchtest, dann warst du der Grenzschutz. Grenzschutz-Mackie. Na gut, ja. Ja, stimmt. Muss ich leider los. Habe ich selber laufen müssen dann auch. Muss ich ungänglich. So nicht im Skript. Machen wir nochmal so einen Flaschenwurf. Machen wir nochmal einen Bottleflip. Traust dich nicht. Drei Versuche habe ich gebraucht. Ja, auf dem ersten ist man klar. Das sind alles so ein bisschen seltsame Regelungen. Dennoch ist es ein Schritt in die richtige Richtung. Das heißt ja nicht, dass man das nicht noch anpassen kann. Um zum Verhindern, glaube ich, dass man das Zeug dann verkauft. Also sobald du mehrere 25 dabei hast, dann gehen die davor aus, du möchtest es verkaufen. Aber warum sollten ich auf die Idee kommen, das Zeug zum Verkaufen und mit einem Strafbott zu machen, wenn ich absolut legal in diesen Verein reinige kann und kann sagen, gib mir 50 Gramm, die kaufe ich ganz normal und gehe heim damit. Aber, was ich heute dann auch nicht verstehe, dass diese Vereine, die es ja sein müssen, dass die ja auch keinen Gewinn machen dürfen. Das verstehe ich ehrlich gesagt auch noch nicht so. Oder was? Wer kommt dann auf die glorreiche Idee, außer natürlich der Birgerbapp mit seinem Steuerhut und mit seinem Ding und sagt, geil, jetzt baue ich mal die Pflanzen an und verkaufe es für 0 Euro. Natürlich nicht 0 Euro, aber... Weil es den Leuten... Natürlich gibt es Leute, denen geht es um den Verkauf und da Profit draus zu machen. Ist mir schon klar. Das ist sehr klar. Komisch, dass die ganze Zeit so in die Höhe schießen. Aber, die Leute, die dem Verein beitreten, die wollen einfach nur rauchen. Die wollen einfach alter, ich möchte... Und ich kann es verstehen, manche trinken einen Feierabendolben oder zwei und manche denken sich halt, ja, ich habe keinen Bock auf einen Feierabendolben, ich möchte einen rauchen. Und die ganzen Kollegen, die machen beides. Ich soll es halt dann beides machen. Ist mir egal. Ja. Es ist, wie heißt es so schön... Leben und leben lassen. Ja. Und da gehört aber dann, meiner Meinung nach, schon auch beim Hascheln, gehört dann schon auch die Grenze gezogen. Das bis hierhin und nicht weiter. Ja. Das ist vollkommen legit und in Ordnung. Muss ich schon ganz ehrlich sagen. Und wieder da bauen. Was ich auch noch seltsam finde, ist, du darfst dann drei Pflanzen pro Person haben, aber nicht mehr wie 50 Gramm. Was ist jetzt, wenn ich der absolute Oberbotaniker bin und kriege ein Pflanzen auf 30 Gramm hin und ernte alle drei gleichzeitig. Dann habe ich fast, was weiß ich, wie bei dir daheim, habe ich halt mehr als 50. Ab dem Moment ist es illegal. Was ist das für ein Blödsinn? Ja, es ist schwierig. Du kommst, das ist halt nicht durchgedacht. Und was passiert, wenn ich die dann anschneide und hänge es auf zum Tricken und dann wiegen sie in dem Moment 55, aber wenn sie trocken sind, 49. Dann musst du halt hoffen, dass sie nicht kontrollieren. Das machen die dann einmal im Jahr, das ist wie die Heiligen Drei Könige, die klopfen dann. Und dann schreibst du über die Growbox C, M, Kaspar, Melchior, Paltersau. Ja, genau, das ist dann praktisch aber ein Schwarzer, ein Schwuler und... C, B, M. Ein Schwarzer, ein Schwuler und noch irgendwas. Ein Schwuler und ein Dreiensehn. Ja, genau, und die Dreiensehn. Die gehen wir dann und kontrollieren das. Und was zwei ist, nehmen sie mit und rauchen selber. Die Bubatspolizei. Ja, keine Ahnung. Vor allem, wir wüssten ja auch gar nicht, was du ihn dann damit tun. Dann habe ich halt da, das Zeug da noch am anbauen, das darf mich wirklich interessieren. Und dann habe ich halt da, mit Sicherheit rauche ich dann einmal, aber das ist eh klar, einmal davon. Aber ich werde jetzt nicht 50 Gramm wegrauchen, wo so in die hier auch. Gute Frage. Muss ich so zähnen. Ich weiß, es ist zum Nachbarn um mich und sagst du was. Das ist ja vom Nachbarn. Vom Nachbarn. Der hat zuletzt berührt. Ja, das ist eine seltsame Regelung. Aber im Grunde finde ich es gut. Was mich noch interessieren wird, was? Der ganze Schwarzmarkt geht halt dadurch automatisch auch verloren. Das ist vielleicht auch nicht verkehrt. Und die Qualität. Das ist eigentlich ein Hauptargument. Und die Qualität von dem Zeug wird halt besser. Ganz genau das. Und was ich da schon alles gehört habe, was da drin ist mit Blei, Zucker und sonst irgendeinen Scheiß, bloß damit das Zeug schwerer ist, das willst du halt nicht rauchen. Das willst du nicht rauchen. Und wenn du es selber baust, dann weißt du, was drin ist. Fertig ausahmen, da kann ich es sein. Du kannst es selber nicht Blei einmischen. Du kannst es selber ein wenig mit Asbest bestreichen. Bleigießen an Weihnachten. Bleigießen an Weihnachten. Kommt schon hin, du hast eine Haschischblüte rausgefallen. Oh, das rauchen wir gleich. Das ist... Geh, lass das gleich rauchen. Ja, das ist ein bisschen seltsam. Keine Ahnung. Und was ich noch ganz fest gespannt bin, wie das mit dem Autofon geregelt ist. Ich meine, ich habe mich auch geregelt. Aber der THC-Gehalt, der kann da ja... Ich weiß nicht, wie lange noch ich bin. Ich glaube, es ist noch länger. Ja, aber ich glaube, irgendwie körperlich eine Woche und dann in die Haare, glaube ich, bis zu... Ja, für immer, glaube ich sogar. Also, du schreitst es halt ab. Ja, das wächst ja immer raus. Ich habe ein Problem, weil meine Haare gingen bis zum Anschau. Da ist wahrscheinlich noch der Haschischkonsum meines 16-Jährigen ichs drin. Denk man, du hast den Grauch. Ja, mit 16 habe ich natürlich irgendwo um einen angraucht. Ekelhaft. Ja, das heißt das Ding. Und deswegen weiß ich auch, dass mir keine Ahnung, ob die anderen habe ich zugeschaut. Äh, geil. Aber haben nicht du gesagt, dass du eine Perücke hast eigentlich? Ja, die Leute haben es angenommen, ja. Das ist keine? Nein. Wahrscheinlich bist du einfach nur glatzert um oben. Ja. Mit der Kani unten. Und oben. Stimmt. Ich weiß noch keiner, deswegen hat er immer Katze und Hüte. Doch, doch, nein, der letzte Mal hat er keinen so Kass. Stimmt, das stimmt. Da hat er sich Platteneis geholt, in Kamerain geholt. Man hat ausgeschaut, wie sein Gesicht ist, ein paar Haare und der Rest war kalt. Fette Grippe, ja. Oder ist der Sepp? Ich trinke. Wannst du? Ja, ähm, was ich noch, mich kriegt, top jetzt die Doc. Ähm, es gibt, oder es wollen, Investoren, also so wirklich steinreiche Leute, ein Herr Thiel und ein Herr, oh, jetzt weiß ich den zweiten Namen, Maschmeier, Asch, nein, nicht Maschmeier, Aschmeier. Nein, irgendwas mit Meier. Aschbauer. Aschbauer. Ist auch in der Vorbissliste aus Deutschland, ich glaube Platz sieben. Ist das die reichste Liste der Welt? Oder Deutschland. Ist Vorbiss Deutschland? Nein, der Vorbiss ist klar, Vorbiss kann auch nur Deutschland, ich weiß es nicht. Ich habe doch auch keine Ahnung, ob wir das haben, befassen wir mich nicht. Ist der Deutsche, der Deutsche 6 und sowas hat da drin und keine Ahnung, ein anderer Thiel ist da noch mit drin. Auf jeden Fall möchten der, D2 oder hat auch Investoren, die möchten eine, die Unchanged Games entwickeln oder machen. Das ist praktisch sowas wie wie die Olympischen Spiele, zum Beispiel mit Schwimmen, mit Gymnastik, mit Touren, mit diese ganzen Geschichten. Leichtathletik. Ja, genau. Aber ohne Kontrolle über Dopingmittel. Oh. Nee. Es ist einmal Zeit, wenn da irgendjemand draufkommt. Dass man für Cheat eine eigene Liga macht. Ja, und das war's. Und die werden nicht kontrolliert und die möchten natürlich, die Sportler, die sagen doch natürlich auch, okay, scheiße im ersten Moment, aber im zweiten Moment werden ja diese ganzen Leichtathletik, Sportler und Co. werden ja sehr schlecht bezahlt für das, was die an Aufwand haben. Denken sich die, okay, die kriegen pro Starter 100.000 Euro, der da mitmacht und wenn sie einen Weltrekord, einen offiziellen Weltrekord schlagen, kriegen sie eine Million. Und das kommt jetzt aus dem Nichts. Und wie verdienen die ein Geld damit? Mit Werbung und Co.? Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, da kann ich mal sofort anschauen. Ja, was können normale Leute und was können die richtig krassen Leute? Das ist, ja, ja, da hätte ich mich wahrscheinlich schon, so wie es das heißt, da kann ich mal wahrscheinlich anschauen. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde habe ich danach recherchiert, weil das ist so geil. Das müssen wir dann ständig so vergleichen mit eben, zum Beispiel beim Schwimmen, dass man da die Linie von einem Michael Phelps oder so immer anzeigt und dann kommt irgendein 08-15-Trottel, der bis oben hin voll gespritzt ist und da schwimmt drei Bahnen, während der Phelps eine schwimmt. Ja, genau. Geil. Ja, das ist eine Idee. Jetzt haben Sie natürlich Bedenken gesundheitstechnisch und fairness-technisch, bla bla bla. Ja, komisch, beim normalen Sport interessiert es auch gar nicht. Die sollen sich doch einnerven, was sie wollen, hauptsächlich sind schnell genug. Ja, ja, das ist eine lustige Idee. Ja? Das ist eine lustige Idee. Da hätte ich auch, das würde ich mir auch anschauen, das sage ich dir, wie es ist. Das würde ich mir auch anschauen. Also die Hangar Games nur für den Sport. Ja, oh mein Gott, bis du erst die da irgendwann an so einem Scheißdreck verreckt und dann ist die Scheiße so hart am Dampfen, dass sie bloß noch schäbert. Weil wieder einer meint, ja, wenn sie die anderen drei Sprüssen geben, gib mir ich 30. das gehe, Ja, gut, eine Million ist eine Million. Ja, eine Million ist eine Million, das stimmt. Na, und die, die, die ganzen Leichtathleten, die nageln, was hast du, der Hungertod wird wahrscheinlich nicht, aber die müssen halt danach noch ganz normal arbeiten. Nicht so wie jetzt manch Fußballer oder Basketballspieler oder sonstiges. Deswegen ist es für die auch sehr lukrativ. Es ist jetzt so, weil Leichtathletik, wer, wer schaut, sind wirklich aktiv an Leichtathletik-Sportler. Oh, außer du bist, ähm, es ist nicht als Zuschauer, sondern du hast halt wirklich eine absolute Ausnahmetalente wie ein Bolt oder ein Phelps oder da, wo man sagt, der ist so krass, dem, dem schaut man auch zu, einfach nur, weil er schnell laufen kann. Das hat jetzt kein Fanbase, das gibt es nicht. Aber der Bolt ist halt schon zum Beispiel, das ist aber so, was soll denn das eigentlich? Was ist mit dem? Ich habe auch vor kurzem mal mit Leichtathletik angefangen. Sei die Amerikanerin, die ist so unglaublich heiß, aber auch nur deshalb. Aber das war ein kurzfristiges Ding. Es ist wieder was anderes. Aber warum schauen so viele Leute Fußball, Football, Basketball und da kommt ja das ganze Geld her? Weil es ist ein Unterhaltsamtes. Ja, ein Leichtathletik ist halt nicht einfach. Der läuft da 50 Meter, der springt, dann war es das. Ja, genau, toll. Der macht da zwei Minuten auf seinem Reck und ich denke mir, ich konnte es auch. Außer einem Bolt, am Bolt zuschauen ist schon lustig. Der, wenn 100 Meter lauft, dann schaut das aus, als der G. Wow. Also so, was muss ich damit tun? Hintrig muss ich laufen? Okay. Und neuer Weltrekord. Genau. Fertig, alles klar. Das ist eine Maschine, der Typ. Ja, ja, noch. Genauso wie auf dem Feierig, bis in die Unendlichkeit, aufgrund auch ein bisschen von meiner Schwimmvergangenheit. Der Phelps wird der Typ beieinander. Das ist so klar. Ich finde, ich finde, wir haben generell so eine krasse Figur. Wir schauen so und ja, er hat so ein seltsamer Körperbau, dass eine Lourdes schon sehr, 20 Prozent besser macht wie die ganze Frau. Ja, ich bin sicher. Aber das ja mit die Schwimmanzüge aus dem Damals mitgekriegt, oder? Die haben noch damals auch so Schwimmanzüge gehabt. Das war noch zu meiner Interesse. Mit so einer bestimmten Oberflächen. Das war noch zu meiner Intersportzeit. Da war ich das auf diesem Intersport College und so. Deswegen schwimmt der Amo mit einem ganzen Anzug und nicht einfach mit einer Unterhose. Ja, das weiß ich schon. Aber da hat es praktisch noch diese, die wurden dann auf Ortswoche, oder haben doch dann die ganze Zeit, Entschuldigung, Weltrekord, Weltrekorde entstanden innerhalb von jedem Schwimmwettbewerb gefühlt, weil er die praktisch, die waren dann nicht nur imprägniert, sondern haben doch, wahrscheinlich hat der noch gewachsen worden oder sonst was, dass da wirklich gar nichts ist. Ich weiß auch nicht, was da tut, aber imprägnieren, ja, das tut. Ja, aber wir haben ja die selber dann mal auch gehabt. Zero Friction. Nächst du das im Wasser? Ich habe es auch nie wirklich was, du schwimmst, du fühlst dich selber wie ein Fisch, nur mit kleinerer Flosse. Das fühlt sich halt auch, als würde es durchs Wasser fallen, oder? Das kann ich mir vorstellen. Du gleitest wirklich, das ist wirklich so, du hast keinen Widerstand gefühlt. Ja, ja. Das ist krass. Das ist schon richtig geil. Das hat es auch, glaube ich, beim Popfahren hat es das, glaube ich, auch gegeben, dass man Kufen heiß macht. Irgendwann ist einer, also ist immer Pop gefahren, und wenn dann so ein Abfahrt mal in Minuten dauert oder so, jahrelang, jahrzehntelang oder so, gekommen, dass Kufen heiß gemacht haben. Du hast genau dasselbe dann, also da schmultst du dann das Eis drunter und du fährst auf Wasser. Aber du bist nicht doppelt so schnell. Da hat er keiner gesagt, du hast es nicht darf, oder? Ja, da hat er keiner. Und jetzt, glaube ich, darfst du es nicht mehr. Und da kennst du die Wok-WM noch vom Stefan Raab, da hast du auch die normale Disziplin gegeben, da haben es ganz normal runtergefahren und dann hat es am Schluss die Extreme-Version gegeben, da wo es auch mit dem Flammenwerfer unten ein Wok-Heiß machen und so, da haben sie sich hingekriegt, da waren es drei so schnell wie vorher. Hast du es mitgekriegt? Ich glaube, bei Promi Big Brother war das, oder? Das scheitere ich auch nicht. Nein, ich auch nicht, aber das war doch der, der war bei Seven vs. Wald dabei, war der Kelly. Der Joey Kelly, der macht auch einen scheiß Weg. Ja, ja, und der hat er dann praktisch auch erzählt, dann im Live-TV von wegen mit Stefan Raab und Co. und dass da doch so einige Dinge passiert haben. Das muss aber, dass sie da Leute Tentbohrer haben oder sonstige schwere Unfälle gehabt haben. Das haben sie aber auch gemeint, die sitzen sich in der Boxschuss und von der Popbahn hoch. Die haben es aber nie gesagt, sondern es war immer so Friede, Freude, Alkohol und es ist nie etwas passiert. Ich weiß nicht, wie der Sido, glaube ich, es war Wok-WM und da war der Kai Pflaume und der Sido ist oben gestanden und der Kai Pflaume unten und irgendwie haben sie sich nicht mengen und der Sido war damals noch der Rüppel-Rapper und war nicht so krass bekannt im ganzen Land wie Zeit zum Beispiel und da war halt noch der Pöbler und hat die ganze gekifft. Das war mitten einfach und der Kai Pflaume hat irgendeinen Scheiß und gesagt zum Beispiel von wegen, was das soll und so, keine Ahnung und dann hat er oben geblärt, der Plaume soll mal die Fresse halten und für genau das feiern sie du immer noch. Ich finde, hast du da mal die Weihnachtskonzerte vor allem umgekehrt oder umgeschaut? Um Sido? Ja, der macht ja jetzt oder die letzten zwei Jahre schon. Weihnachtszeit, Weihnachtszeit, sag allen Bescheid, dass Sido kommt und sagt, wei hat uns Geschenke verteilt, hey! Weihnachtslied musst du haben. Nein, der macht da ganze Konzerte und hat da glaube ich vor zwei Jahren angefangen damit und hat dann dort dreimal Berlin vollgemacht und jetzt hat er glaube ich waren es dieses Jahr schon fünf oder sechs Termine da angefangen mit zwei, die waren direkt ausverkauft, dann nochmal vorher und auch dieses, wie er es halt aufgezeigt, ist halt so geil, da war er dann wirklich dann mittendrin einmal anfangen, weil Kuner ist ja für die ganze Familie, ist er mittlerweile doch nicht mehr der Rüppelrapper. Rapper. 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 Der Rüppelrapper. Sido, der alte Rüppelrapper. Der Rüppelrapper hat wieder getrennt. Der Rüppelrapper ist er nicht mehr und von daher gehen da auch ganze Familien hin. Da kommt halt auch schon die ganze Zeit daher, das Publikum so anfängt, so da, 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 da. Alter, Jungs, hört auf, da sind Kinder, da sind kleine Kinder und dann irgendwann so kurz vorm Schluss dann irgendwann da, 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 da. So geil. Aber die ganze Zeit der Moralapostel macht und dann scheißt er wieder drauf. Ja. Der ist halt auch einfach der geilste Typ ever. Der hat alles richtig gemacht, ja. Der hat sich aufgeführt wie die Schweinehölle, wie das alles noch in Ordnung war vor 20 Jahren. Ja. Und mit dem Zeug, ja gut, es gibt ja diesen, die Art von Rap und Straßenrap und Gangsterrap und Drogenschläger und alle Frauen sind Nutten, keine Ahnung. Den gibt's ja immer noch. Aber das war damals, ja, es war damals einfach was Neues. Ja. Und ich glaub, dass diese mittlerweile die alle Frauen hier und ich steck die Zunge in meinen Arschloch und ich scheiß dir in den Hals, das funktioniert halt heute nicht mehr so, wie es denn heute wird gecancelt vor 20 Jahren was gefeiert worden. Ich würd's aber gerne mal ausprobieren. Ich sag das, hab ich schon öfter mal drüber nachdenkt. Früher gab ich Frauen die Rechte, heute haben sie Frauenrechte. Aber wieder bei Männer's Moos. Nein, die hat's mir selber gefallen. Das ist selber absoluter, ich sag da, Rüppelrapper-Karriere. Rüppelrapper, ich nenn mich auch Rüppelrapper. Oh Gott im Himmel. Ich krieg doch nur ab und zu einmal die Frage so, Bürger, wann ne Musik? Ich glaub, ich hab schon seit drei Jahren nichts mehr gemacht, keine Ahnung, überhaupt keinen Bock, aber auf dies hätte ich hab mich noch mischen. So einen richtig geil anreitigen Scheißdreck. So richtig, was du denkst, Alter, hast du schon mal auf die Jahreszahl geschaut, den wir haben. Kannst du den Kanal gleich löschen, du Vollidiot. Rüppelbürger. Rüppel, Rüppel Biggie. Rüppel Biggie. Biggie Rüppel. Biggie Rüppel. Ja, das waren nur Zeiten, gell, mit Frauen, Arzt und Co. Die gibt's ja auch immer noch. Heißt nicht, die Arztinnen machen mal im Muck, ey. Mhm. Haben da live immer noch unterhaltsam. Was heißt immer noch unterhaltsamer denn je? Die haben einen Erfolg da hinten wie Hölle. Ja, das stimmt. Ich weiß auch nicht, ob immer noch, aber vor ein paar Jahren war es einmal so. Die waren halt auch, ich glaube, auf Barukaville, wo wir waren, da waren die auch da, da ist dann irgendwann der Ding an und dazu gekommen, der von der Bloodhound Gang, wegen der... Ja, der Große mit den dunklen Haaren, der überall umeinander schwanzelt und keiner weiß warum. Ja, genau. Und dann haben die, glaube ich, die haben halt keine Musik dabei gehabt, so außer, hey, das geht ab irgendwie so von wegen und dann noch ihr neues Lied und das neue Lied, den ist mir nichts eingefallen, da haben sie dreimal das neue Lied in Folge gespielt, weil du unterlegt hast, ja, gut, beim dritten Mal ist das komisch. Verdammter Arzt. Ja. Du Rüppelkrepper. Manni Mark und Frauenarzt. Frauenarzt. Aber ich glaube, es gibt doch jetzt und der Frauenarzt und Co., glaube ich, gibt es auch wieder Lieder, wenn man die alles täuscht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, but I'm not sure. Ich befasse mich nicht mehr mit Die-Trap-Sachen, ich wüsste da gerade gar nicht, ob die... Ich habe keine Ahnung. Nur Mediasmoos. Nicht wirklich. Das einzige, der einzige scheißbehinderte Refrain, der immer hängerblüm ist, ich habe schon wieder Bock auf deinen Arschloch. Das ist das einzige, wo es hängerblüm ist, der ganze Rest ist mir so, ach ja. Es ist halt einfach nur so gut, weil wenn du einfach das Lied hörst im ersten Moment, dann denkst du dir so, boah, richtig gut, geht voll ab und dann hörst du einfach mal zu, ja, ich freue mich nicht mehr am Leben und ich hätte Bock auf ein Date. Machst du Zufall. Und dann geht es halt einfach nur um Arschloch. Das ist nichts für mich. Na, für mich auch nicht. Dann für mich auch nicht. Dann für mich auch nicht. Dann für mich auch nicht. Apropos Arschloch. Das war das, was ich vorher so witzig gefunden habe. Ich habe mir nämlich natürlich noch Themen überlegt für unseren Podcast. Super, wenigstens einer. Und ich habe hier zwei, drei Punkte hier stehen und der erste Punkt ist natürlich sehr aufschlussreich, hoffe ich. Hintern abwischen. Wie? Und die zweite Frage daraus folgend, Klorollenrichtung. Das heißt, wenn du dir den Arsch auswischst, Punkt Nummer eins, mit welcher Hand? Rechts. Ich auch. Obwohl ich linkshänder bin. Und obwohl ich linkshänder bin. Klangst du hintere oder vorn? Du, hey. Das ist die zweite Frage. Das ist genau. Ich klang hintere. Die Frage ist von hinten nach vorn oder von vorn nach hinten? Von vorn nach hinten. Ich mache es genau andersrum, auch wenn es ekliger sein soll. Die Frauen sollen das ja gar nicht machen, weil die könnten ja dann ein bisschen weiter Kot in die Scheide bekommen. Die können sich einkoten praktisch. So soll ja die heilige Folge heißen. Kot in die Scheide bekommen. Rüppelrapper könnten Kot in die Scheide bekommen. Stark. Stark. Starker Titel. Da kannst du sagen, was du willst. Rüppelrapper könnten Kot in die Scheide bekommen. Von vorn nach hinten. Aber nur von vorn nach hinten. Ja. Und die Klo-Roll-Richtung ist, dass es vorn runterhängt, nicht an der Wand runterhängt. Richtig, richtig, richtig. Stört dich das oder machst du das dann auch, wenn jetzt die mal so runterfällt oder so? Wir haben auch kein Klo-Roll-Halter, das steht einfach im Klo-Kasten hinten oben. Okay, ja, ich habe schon ein Klo-Roll. Ich achte da auch penibel drauf tatsächlich. Die sind nämlich übertrieben, wenn das nach hinten hängt. Aber warum? Erstens hast du dann schon mal, wenn du das Klopapier abziehst, hast du es in der falschen Richtung und ich habe immer vierlagiges Klopapier. Wie kann man das Klopapier in der falschen Richtung in die Hand haben? Das Klopapier ist ja von der einen Seite rauer als von der anderen. Was hast du für Klopapier? Viertlagiges. Ein Charminbier. Charmin. Nein, aber das riecht auch. Also ich weiß nicht, warum Klopapier, können wir mal die Idee, warum riecht Klopapier manchmal? Weiß ich nicht, ich habe noch nicht am Klopapier gerufen. Nein, es gibt so Duft und danach vielleicht. Nein, davor, es riecht davor nach Blumen und danach nach Blumenkaka. Ist das eigentlich wie beim Schneizen so, dass man immer einschauen muss? Sei ehrlich, ja oder nein? Ja, nein. Seriously, not. Oh, dann ich auch nicht. Ja, nachschauen, ob noch was runtergegangen ist, natürlich, aber trug ja. So nehme ich das auch, ja. Nein, daran riecht nicht. Aber ich sage jetzt mal zum Abschätzen, ich sage jetzt mal, oh ja, das sind die Nüsschen. Ja. Crunchy. Die sind noch nicht durch, die nehme ich nochmal. Du kommst den Maiskerndl aus der Glamen, Wuschen und nochmal. Ja, ich glaube, wenn du wirklich Hunger hast oder wirklich Probleme mit dem Essen dir zu besorgen, ich glaube, dann kaufst du dir eine Dose Mais und es kommt immer wieder. Du kannst nicht sterben. Sagst du das am Kurzvideo, ich weiß ganz genau. Ja, es ist so. Es ist witzig. Ich auch. Und, na, aber ich sage jetzt schon, am Anfang, also man muss ja schon mal gucken und abwägen, wie viel Klopapier braucht man eigentlich? Oh, so viel wie ich brauche. Ja. Ja, nein, ich meine, wenn man sich jetzt das erste oder zweite Mal solltet. Du merkst ja beim Abscheißen schon, ob es mehr oder weniger braucht. Nicht immer, weil es gibt immer die gute Überraschung, dass du wirklich gar nichts brauchst. Das stimmt. Der perfekte Schiss. Kommt vor. Einer von hundert. Nein, mehr. Bei mir schon mehr. Gut, ich gehe zum Arzt. Na? Wenn das Klopapier dann rot ist, dann sollst du zum Druck nehmen. Das ist generell rot. Einfach ein rotes Klopapier kaufen. Das ist wie beim Auto, wenn was hießt, Musi auftreiben, kaufst einfach ein rotes Klopapier. Genau, und steckt das so leicht hinten rein. Und dann ist es wurscht. Das ist einfach wurscht. Das übersteckt man einfach. Ich muss mir unbedingt den Titel der heiligen Folgemerke, der ist grandios. So gut war schon lange nicht mehr. Rüppelrapper. Scheiße, wie war das? Das kommt am Schluss. Rüppelrapper könnten Kot in die Scheide bekommen. Was ein Bullshit. Ja, was soll man machen? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, genau. Ganz am Anfang waren wir bei Last Epoch. Ja, genau. Wir sind die ganze Zeit schon da. Du sollst leider dazuhören, aber insgeheim tue ich in meinem Kopf hinten überlegen. Wir könnten meinen Cano stärker mal. Ja, da kann man noch. Ist das dann so RPG oder was ist das dann genau? Es ist im Prinzip der Diablo-Killer. Es ist Diablo-Bloß und gut. Okay. Was heißt Diablo-Bloß und gut? Ich kann nicht schmerzen, weil ich Diablo am Anfang auch ziemlich gefeiert habe, aber mittlerweile je länger das Season 4 ist. Jetzt sind wir bei Season 3 in Diablo. Season 3,5 eigentlich. Das ist auch schon wieder halber da rum. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, dass ich in Diablo mit Sicherheit 200-300 Stunden ungefähr habe. Das war ganz okay, aber jetzt ist absolute Luft raus und es tut sich gar nichts. Es ist ja wieder das typische Live-Service-Game, dass sich das einfach alle drei Monate ein bisschen erweitert. Darum war ich auch immer noch konform, dass in dem 90-Euro-Spiel oder 70-Euro-Spiel ein Battle Pass drin ist, den man sich alle drei Monate kaufen kann, wenn man will. Und ein kleiner Shop drin ist, wo aber die Cosmetics genauso gut ausschauen, wie die das finden können. Da war ich absolut konform damit, weil man denkt, die Firma soll ein Geld verdienen, wenn man die alle drei Monate einbringen. Im Prinzip zwar nicht ein Add-on-Volumen, aber halt eine gravierende Neuerung im Spiel. Alle drei Monate, dann kannst du davor ausgehen, dass jedes Jahr sich das Spiel krass erweitert einfach. Aber es passiert aber halt ein Scheißdreck. Schade. Erste Season war absoluter Müll. Du musst halt auch sagen, es ist halt kein Quadruple-A-Titel. Das musst du halt auch dazu sagen. Ja, aber es ist ein Multimillionen- beziehungsweise Multimilliarden-Dollar- Entwicklerstudio dahinter und das ist halt schon lächerlich. Was hat es gekostet? 3000 Leute arbeiten an Diablo 4 oder so? Ja gut, aber davon die Hälfte, die grabst du Frauen an? Das stimmt, und die anderen Hälften sind Frauen. Die kriegen wir eh nix. Ja genau, auf alle Fälle kommt dann sowas wie La Sipok. Ist auch ein Action-RPG. Kostet 38 Euro. 38 Euro! 38 Euro! Und hat alles, was Diablo nicht hat. Und zwar alles. Fünf verschiedene Klassen mit jeweils drei Unterklassen. Es sind 15 unterschiedliche Klassen, die sie, das kann ich jetzt noch nicht so beurteilen, weil ich noch nicht alle gespielt habe, die sie unterschiedlich spielen. Itemization, das heißt, wie sie die Stats und die Affix und so weiter auf die, um das geht's, das ist das Kernelement des Spiels. Ganz einfach nur nochmal zusammengefasst, du hast verschiedene Chars oder Champions, also den, wo du auswählen kannst, jeder hat seine Stärke, der oder die Lauf. Verschiedene Klassen. Zum Beispiel, du hast einen Zauberer. Den Ritter. Oder einen Zauberer zum Beispiel, genau. Der hat Grundfertigkeiten und dann hat der drei Unterklassen, wo es dann sagen kannst, ich mag es ein Standard-mäßiger. Ein Lanzenritter, ein Viertelritter. Du hast noch nie ein Sieg-Handlug-Spelzer. Nein. Stell, wenn haben wir einen da im LOL-Universum, der sie... Garen. Genau, der Garen. Ja. Nimm einen Garen. Das ist jetzt zum Beispiel der Paladin. Der hat seine Fähigkeiten, die kannst du zusammenbauen, also fünf Stück so ungefähr. Und dann wirst du Level 20 und dann kannst du entscheiden, welche Subklasse du wählst. Das bedeutet, du gehst zum Beispiel, wirst du dann wirklich die Unterklasse ist Paladin. Da kann ich jetzt nicht so mitschmerzen, weil ich Paladin und nicht gespielt habe. Nimm einen Nekromanten. Ja. Nimm einen Yorick. Ich kenne einen Nekromanten. Ich habe Warcraft 3 auch gespielt. Ja, ist ein anderer. Ein Nekromant ist vom Playstyle her ein Minion-Bild. Aber... Das bedeutet, ich mache nicht selber Schaden, sondern ich habe zehn Skelette und einen Golem und die haben für mich. So ein Beschwörer. Genau. Und dann kann ich bei Level 20 kann ich mich entscheiden, wie ich wirklich so ein Skelett-Nekromant, der seine Viecher umeinander schickt. oder wie Lich, dann habe ich keine Viecher nicht, sondern Cast-Flüche und lauter so einen Scheiß. Oder wie, was ist das letzte, ich glaube der Warlock und der ist dann ein Magier sehr ähnlich, aber mit anderen Schadensarten und so weiter. Und alle drei Klassen spielen sich absolut unterschiedlich. Und dann kann ich sogar noch, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Nekromanten auswähle, was ich jetzt momentan da habe, dann kann ich den so umeinander skillen, so vielfältig, dass sich der allein schon auf fünf verschiedene Arten unterschiedlich spielt. Genau. Und das kann ich in Diablo nicht. Da kann ich, da mache ich das, diese Skillung, der Bild, der funktioniert, da kommst du ins Endgame, der andere nicht, ist der Dage, aber da stirbst du noch nicht zwei Meter und spät sich absolut langweilig. Danke Multimillionen-Dollar für einmal Mr. Blizzard Activision. Die ganze Itemisation, wie sich Items zusammensetzen, was dann da drauf ist, plus Stärke, plus Intelligenz, plus irgendwas, ist da einfach logisch und sinnvoll gemacht. Und bei Diablo ist es sicher ein Haufen Scheiße, dass ich nach einem Dungeon ein Viertel-E-Stund brauche meine Items anzumschauen, was ich jetzt brauche kann und was nicht. Gibt es bei Last Epoch einen Loot-Filter, den kann ich mir selber zusammenbauen. Da kann ich sagen, wenn eine Rüstung, eine Knochenrüstung droppt, mit dem Wert plus DINER-Schaden drauf, dann zeigt mir das ganz rot und fett an. Alles andere, was runterflügt, zeigt es mir gar nicht an. Aber das muss unfassbar schwierig sein für eine Multimillionen-Dollar-Firma, das nicht einzubauen. Nein, das ist nicht schwer für die nicht einzubauen, sondern das auch. Dann gibt es ein Endgame. Dann gibt es ein Endgame. Ein endloses Endgame. Das gibt es bei Diablo auch nicht. Ja, genau, das habe ich schon öfter gehört. Es gibt Crafting, wo du die Items selber zusammenbauen kannst. Das ist nicht so kompliziert wie in Path of Exile, aber einfach vorhanden ist nicht wie in Diablo 4. Da gibt es gar kein Crafting. Und im Nachhinein fällt mir dann auf, so nach 250 Stunden Diablo, wo ich mir gemeint habe, ja, war ganz cool, aber jetzt wird es fad und jetzt stelle ich fest, was für einen Riesenhaufen Scheiße das Sperr eigentlich ist. Das ist ein Witz einfach. Das allergeilste in Diablo 4 war, dass die, du hast dann so Widerstände. Zum Beispiel Rüstung blockt physischen Schaden. Wie in LOL. Ja, sehr genau. Wie in LOL. Ja, ja, verständlich. Und dann hast du Magieres. Bloß, dass die Magieres in verschiedene Schadenstypen aufteilt ist, zum Beispiel Feuerresistenz, Kälteresistenz, Schadenresistenz und so weiter. Die hat in Diablo 4 bis Season 2 einfach nicht funktioniert. Du hast zwar Ja, upsi. 75% Widerstand auf Feuer, ja, aber egal. Das hat nicht gezählt. Das hast du bloß nicht gewusst. Wenn dich jemand mit einem Feuerball trifft, warst du hin. Ja, blöd. Da sitze ich halt schon da und denke mal so, Alter. Du hast gehört, eigentlich direkt gehotfix, Punkt. Sobald es der erste Merk. Da war halt sechs, ne, sechs Wochen, das hat vier Monate dauert oder so. Ja gut, aber vielleicht waren die alle im Homeoffice. Vielleicht haben sie gerade angereilt worden. Vielleicht hatten sie Kote in der Scheide. Und da wird dann halt so klar so, Alter, da ist er, die haben mit 30 Kleid angefangen, die Last Epochentwickler. Und jetzt sind sie zu 90. Das Einzige, was ich dem Spray angreifen kann, momentan ist noch die Serverfunktion nicht gescheit, weil die einen Ansturm im Knack haben, dass sie in Tosen scheißt. Blöd. Ganz blöd, ja. Ist das ein bisschen ärgerlich, vor allem am Wochenende. Deswegen kann ich es noch nicht hundertprozentig empfehlen, wer auch nur einen Funken Spaß mit Diablo gehabt hat, geht jetzt sofort auf Steam und kauft sich das Spray. Weil am Wochenende Creator Cord Cord. Ja, ich werde hier nicht bezahlt dafür. Aber wenn er gut Spay kommt, dann werde ich darüber sprechen. Gut, dann wird es Zeit, wir machen das schon Creator Cord, ich schreibe mal. Mail. Was hört man mal? Mach ich. Können Sie du drum? Mach ich. Passt. Ich schreibe dir nicht, am Sonntag bleiben wir da. Jetzt den Creator Cord. Ja. Späts, der Creator Cord kommt, dann war ich zu faul zum Einbahn oder wir haben keinen Krieg. die Wirtschafts 20% Minimum. Nein, den kann man schon einmal 38 Euro hinlegen. Das ist eigentlich ein Witz. Das ist, die gerne dann. Also die gehen an uns, meinst? Das ist schon schön. Das ist der Punkt. Auf alle Fälle gehen am Wochenende zur Primetime so ab Freitag, Samstag, Sonntag so ab 4, 5 in Amittag fangst du dann an, dass es nicht mehr läuft im Online-Ding und so weiter. Weil da war sogar ich, das hat so gut aufs Team ausgeschaut, dass ich sogar immer das einmal abgeschaut habe. Ja. Also vom Ding her. Aber ich weiß, dass ich da mein Leben drin verliere, deshalb. Ja, das kann passieren. Richtig, deshalb. Ich bin gerade dabei, ich habe angefangen heute vor einer Woche im Stream, haben wir vier Stunden gestreamt, jetzt habe ich 54 Stunden Playtime. Jetzt ist der nächste Freitag vor einer Woche. Ich habe jede freie Minuten in dieser Woche nichts anderes getan. Weiß ich nicht, um 8 Uhr in der Früh aufgestanden, weil ich zacken wollte. Und wenn das passiert, ist es schon lange nicht mehr passiert. Und wenn das passiert, dann weiß ich, holy shit, da haben wir ein gutes Spiel. Oh shit, da haben wir wirklich ein gutes Spiel. Da wird es Zeit für den Gaming-Laptop. Da wird es Zeit, ja, im Bett. Im Bett beim Scheißen. Mann! Schüssel! Mama! Schüssel! Ja, da haben, eventuell haben wir Glück, was da momentan mit den AAA-Games und Quadruple-A-Games passiert, dass da Firmen 200 Millionen Euro in Spiele einputtern, die dann völlig floppen. Vielleicht merken Sie es endlich einmal, dass dieses Thema nicht funktioniert. Schon mitgekommen, was da die letzten Wochen passiert, was da für Spiele kämen, die völlig durch die Decken gingen, aber halt von Indie-Entwickler sind. Und das ist auch das Gute, die geben sich halt nur Mühe und die stecken in dein Herzblut rein. Hält einfach das Zorn. Schau mal, was gehört davon. Ich habe es mittlerweile sogar, ich habe keine Zeit, ich muss aus die Box spielen. Oh! Scheiße! Ich glaube 38 Euro oder 40 Euro ist ein Koop-Shooter, wo du auf dem Planeten umeinanderdrehst und mit deinen Spätsinn Bugs, wie in Starship Troopers fast, zerballerst oder Roboter. Riesengrade. Muss, wenn es der besten Spiel ist, seit ich die letzten Jahre gekommen bin. 40 Euro. Last Epoch, 40 Euro. In meinen Augen das zweitbeste ARPG, das momentan auf dem Markt ist nach Path of Exile und wenn Path of Exile zu kompliziert ist, spielt Last Epoch und Pale World. Selbes Phänomen. Das glaube ich habe sogar bloß 25 Euro gekostet und hat zwei Millionen Spieler auf Steam gehabt. Wahnsinn. Das ist Irrsinn. Ähnlich wie bei Legion. Ja. Und dann irgendwann, wenn wir Glück haben, fällt den Riesenfirmen wie Ubisoft, EA, Activision, Blizzard irgendwann mal ein so, wieso soll man eigentlich 200 Millionen in irgendein komischen Ding investieren, anstatt dass wir mal überlegen, so, hey, machen wir ja gut Spät, Leute spielen es dann schon. Wäre ich nur eine große Firma, hätte ich einen viel besseren Gedanken gehabt. Oh, Leck, wir kaufen die kleinen Firmen einfach alle auf. Mr. EA. Ich weiß nicht, wie man es schafft, sämtliche Firmen kaputt, ja, kaufen und kaputt machen. Das habe ich schon mal erzählt, glaube ich, mit Apple, oder? Mit diesem Chip-Hersteller. Da, wo sie mich so zerrissen haben. Das habe ich gehört. Das habe ich gerade gefurrt. Ich habe gerade hergeschissen, ich habe es immer so gemacht, damit er leicht ausgeht. Kennst du es nicht, wenn du es so machen? Doch. Oh, damit du mit dem Vor. Vor allem, man hebt immer eine, eine Backe. Ja, ja, ja. Nur eine. Nur eine andere. Du musst sie nach vorne lehnen, dann haut sie nach hinten aus. So muss es nach vorne aus, dann schoß es theoretisch deine Kacka loh. Das ist nichts. Oh. Warum nicht schlecht? Ja, wenn ich es ein bisschen, mach ich gar nicht. Naja. Nein, nein, nein. Tja, aus, die fängt jetzt nicht in mir. Mann. Ach ja, stimmt. Gibt es ja so einen Chip-Hersteller. Ich weiß jetzt nicht, ob für Apple oder Samsung muss ich jetzt lügen. Aber da war das Problem, die ganzen Taiwaner und Co., die haben ja so Probleme mit ihren Arbeitsrechten und so weiter und so fort. Haben die überhaupt Arbeitsrechte? Ich glaube nicht, das heißt bei denen auch anders, wenn dann... Ja, genau. Scheiße. 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 Ja, die arbeiten ja dann zum Teil 12, 14. Oh, das ist auch wieder rassistisch. Wie über den Nazi genannt. Scheiße. Ja, scheiße. Okay. Und, ähm... Entschuldigung. Ja, bitte. Und da ist es ja so, dass die dann wirklich so schlechte Arbeitsverhältnisse gehabt haben und auch so stickige Hallen und was weiß ich heute. Stickige Hallen? Ja, stickige Hallen und die haben ja dann so so Gebäude gehabt, die was weiß ich, die drei, vier Stockwerke haben und da müssen die das alles herrichten. Ja, und irgendwann haben halt die Leute angefangen, die sind immer zum Tabakka und haben aus dem Fenster gesprungen. Uh, das habe ich auch schon erklärt. Ja, genau. Das ist halt auch nicht lustig. Genau, und dann haben sie halt natürlich dann irgendwann die Firmenchefs zusammen gesetzt und gesagt, scheiße, Jungs, wir haben ein Problem. Die springen. Die springen aus dem Fenster. Die Leute, die bringen sie bei uns um, weil es die Arbeit so scheiße ist. Der Marmott und... Und dann haben sie halt so, die haben in dem Kreis doch gesessen und, äh, ja, gut, was der mal. Hm, weniger arbeiten lassen, besser das Klima ein. Hm, vielleicht ein bisschen mehr Geld. Vielleicht irgendwie, irgendwelche Bezuschussungen. Na, dann kommt aber ohne auf die gleiche Idee. Wow, was findest du dazu? Na, na, na. Na, machen wir so Sprungmatten eine. Dann gehen das in den Boden vor. Dann konnte ja nichts passieren. Und die haben, die haben das Ganze nachgegült, die haben dann wirklich so Netze gespürt. Die Leute nehmen, warum ich springe auch gehen. Ach, geh. Richtig geile Idee, so. Du musst ja auch mal outside the box denken. Du kannst ja nicht nur an die Leute denken, sondern auch mal... Du musst mal über den Tellerrand schauen. Du musst auch mal über die Fensterbahn schauen. Nicht das Problem, sondern das Ende abwägen. Das ist so geil. Ja. Das ist nicht verwerflich, tatsächlich. In Taiwan kannst du das noch machen. Taiwan? In Taiwan. Ui. Oh, Mann. Oh, Mann. Jetzt muss ich weiterarbeiten. Jetzt muss ich wieder aufgegehen. Das ist jetzt schon krass. Wenn die Leute... Vor allem, wenn das aufkommt, dann ist ja das nicht bloß einmal passiert, dass irgendeine Narriere aus dem Fenster springt, weil er keinen Bock mehr hat, sondern das muss ja rein, weil es passiert sei. Vor allem, wir müssen mir das vorstellen. Jeder beschwert sich, ja, grüß dich, ich füge den Scheiß ab, was du jetzt durchfügt sei, ich mache nicht mehr, ich springe jetzt aus dem Fenster, der Rest schaut zu. Das ist eine gute Idee. Und macht nach. Ja. Was soll denn das? Ja, das gibt es doch die Leute, die sich doch damals diese Bleistifte hier reingerammt haben, oder? Da sind zwei so Bleistifterei und dann den Kopf. Was? Wer tut denn das? Ja, so Outtime-Walleebe. Das ist so ein TikTok-Trend gewesen. Schade. Die Kinder sind bis jetzt noch nicht bei uns. Nein, das lassen wir. Das stellen wir uns nicht vor. Das stellen wir uns nicht vor. Nein. TikTok. Momentan, ich schaue momentan, ich bin jetzt auf einer Serie hängen geblieben, die finde ich extrem witzig. The Good Doctor, sagt dir das was? Da geht es um einen Doktor oder einen Hilfsarzt, Assistenzarzt, der wo halt praktisch in ein neues Krankenhaus kommt und auch nur durch Beziehungen zum Chef. Und der ist aber Autist. Er kann keine Gefühle und Code zeigen und hat halt keine Empathie und nichts. Und das ist halt schon geil, wenn der so als Arzt aber drin und Oh, sie wird sterben. Naja. Oder wenn er irgendwie zu den Angehörigen, Naja, sie hat das da und es wird wahrscheinlich passieren, dass sie den Arm verliert. Und steht halt da. Das ist aber eine lustige Idee eigentlich. Das ist wirklich eine gute Idee und auch die Umsetzung ist sehr, sehr stark. Ich bin jetzt nicht so dieser Wo läuft die? Netflix. Das einzige, was mir die Woche hochgeschaut hat auf Netflix war Castlevania. Was man sicher auch schon mal auf Netflix beim Durchskrank zeigen, ist ein Anime. Castlevania basiert auf einem Spiel. Auf einem ziemlich oldschooligen Spiel. Das ist so 2D-Rumspringer-Ding. Guter Mann gegen Dracula und so weiter. Und die ist dermaßen blöd. Ich leck mich am Sack. Ich meine, das ist echt nicht richtig. Ich habe mich sehr schön gewundert beim Ja, schaust du da mal an? Und dann fragt er mich nach einem Erwachsenen-Code. Also zum Passwort. Das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Geht dich ein Scheißdreck an? Ja, dann geht dich ein Scheißdreck an. Dann habe ich dich eingeben. Dann geh die alte 0, 0, 0, 0. Weil ich habe keine Kinder. Nur Tiere. Scheiß aus Schreizen. Und die dürfen schauen, was sie wollen. Und da habe ich mir gedacht, leg mir den Arsch. Hat mich ziemlich schnell gehabt. Das ist gar nicht schlecht. Okay. Und blutig wie Scheiße. Also wie richtig krass. Da habe ich mir auch gedacht, okay. Okay. Mal die Leute in der Mitte auseinander dreschen und Kipfer beißen und keine Ahnung. Und was mir ziemlich gut gefallen hat, ist, da wird Kirche halt so ein richtiger Hurensohn dargestellt. Das gefällt mir richtig gut. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Wo ist eigentlich dein, 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 dein Brieferl? Was ist ein Brieferl? Stimmt, das steht da hinten im Schrankerl drin in einem Bilderrahmen. Ja, das ist eben, weil ich habe Platz in den Haaren. Da habe ich irgendwann umgebracht. Das mit du. Was ist du oder der Karne? Er zu mir gesagt hat, du haust jetzt dann runter. Und zwei Tage später sprichwörtlich ist alles runtergefallen. Ja, komisch, wenn das Ding da halb nicht weggekommen. Was meinst du, was passiert? Ja, das hat jetzt die ganze Zeit gehalten. Oh, das geht schon. Ja. Da bauen wir nicht zu hinten hin. Da fängt es ab. Da bauen wir einen Matratzen und dick. Oh, der Weile ist, ich bin, wenn die so stehen und meine ganzen Figuren oben und die ganze Scheiße, die sind, wenn es der Trusch nicht. Oh, der Weile ist, ich mein. Dann habe ich es wieder auch nicht geschaut, dann wäre das halt irgendwo dahintreten. Was weiß ich, irgendwo habe ich schon wieder. Eigentlich müsste das wieder irgendwo hinhängen. Eigentlich müsste das ein Altar bauen. Ich muss schon wieder anfangen. Mit was musst du anfangen? Mit dem Ballers League. Ballers League schon wieder? Ja, gute Geschichte. Hendoch Blatt ist einfach der Beste. Der haben wir jetzt am Wochenende, äh, am Wochenende, am Montag wieder gespielt, und zwar gegen Team Gönner G. Von Monteseite ihm oder was? Und Hendoch Blatt war wieder mal in Bestform, natürlich als Sparkassenhenno. Wir wussten ja noch ein Team, auch Eintracht Spandau. Eintracht Spandau, ja. Genau, das ist praktisch wie das Loyal-Team. Das ist wie ein Multiclan. Die haben ein Multiclan. Die haben ein Fußballteam, die haben ein Fußballteam, sonst noch nichts. Aber der gibt ja da auch richtig viel Geld aus, und der macht ja auch das. Wenn du das Gaming-Haus und Zeug anschaust, das ist, glaube ich, das Beste im Umkreis. Also, Leute sagen, dass das Beste ist, als das von T1 zum Beispiel. T1 sagt er vielleicht, wo es dir möglich ist. Durchaus möglich, wie ein Einwurf beim Fußball. Was ist T1 für Leute, die zwischen und keine Ahnung haben, stelle ich davon mit meinem Herzen im Podcast, wo die denkt sich wahrscheinlich schon seit einer halben Stunde, was zur Hölle labert sich. Soll ich doch Schneehofer dann? Nein, man riefst Schneehofer. T1, das ist halt eine der größten bekanntesten chinesischen, chinesischen, koreanischen Organisationen im Sportbereich. Was heißt denn T1 eigentlich? Team 1. Team 1. Team Nummer 1. Team 1. Team 1. Auf jeden Fall. Ist das nicht Telekom? Oder war das SK? Nein, das ist D1. Das ist Netz. Sorry. Auf jeden Fall. Okay, erzähl weiter. Es ist ein Pro-Gamer-Team im E-Sport. Genau, und eines der bekanntesten größten Orgas überhaupt in dem Bereich. Und Hand of Blood hat sich heute vor zwei, drei Jahren eben zur Aufgabe gemacht, sich selber sowas aus dem Boden zu stampfen, aus dem Nichts, aber auch auf erhöhener Basis beziehungsweise auf sehr ernst oder echt angelegt, auf Ironische Art. Zum Teil auch. Zum Teil zieht es ja wirklich durch. Er moint es schon ernst, aber er zieht halt die Comedy-Chine durch. Genau, er zieht es dann auch noch ins Lächerliche. Er macht es wirklich sehr professionell, was du so mitkriegst, aber er zieht es halt auch auf, dahingehend jetzt wie mit Gönnergy. Richtig geile Geschichte. Einfach, Gönnergy, die haben das riesig auf die Trikots stehen, was macht der Hand of Blood? Der hat dann jetzt so ein paar Bilder aufgeklebt. Während des Spiels haben die das getragen, mit Knabemalz. Knabemalz. Dazu soll man vielleicht wissen, dass der Hand of Blood, wie heißt er nochmal, Heno Knabe, sein Nachname ist Knabe und deswegen Knabemalz und Gönnergy ist der Energy Drink vom Montana Black. Man hat nur gesagt, weil er jetzt noch ein Geldkoffer dabei gehabt hat, wollte die Schiedsrichter bestechen und Co. Also da, auch da gibt es dann die Videos dazu, also auch extrem witzig, so, ach ja, die kann man in die Wohntasche rutschen und die ziehen es halt dann wirklich dahingehend. Sagen wir es so, es ist das Ganze rundherum und die ganze Fan, nehmen wir es jetzt mal Fanmanagement und die Präsentation nach außen, ist lustig, aber wenn es um den Sport an sich geht, sei es jetzt in LOL, das wirkliche Spüren in einem Turnier und in der Fußballmannschaft, dann ist es schon ernst, dass das Pros sind und die spielen dann auch ernst und ficken die über das Spielfeld, wenn es drauf ankommt. Jetzt kommt der schon wieder dahin. Ich muss jetzt irgendeinen Knopf an drücken, da was Lüftel bringt. Da blinkt doch eins. Da blinkt doch ein Lampel. Nicht aufs Lampel, dahinter, drüber, drüber. Ja. Das war einer meiner zwei Saugrobote. Rich Bitch. Einer der drei. Nein, zwei. Ja gut, und das hat auch einen. Ach so. Die Mami ist aber halt, ich kann halt nicht, was ich so breit mir nicht rechtfertigen, dass die Mami einen Staubsauger hat, der automatisch sagt, die kann auch nicht mehr. Die kann auch nicht mehr. Die kann ja nicht mehr. Den Mann, du kannst nicht mehr. Nein, aber das war wieder extrem witzig. Also, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dieser Scheiß-Nau ist einfach so. Was hat er nicht so recht, ich weiß eigentlich gar nicht so recht, warum ich ihn nicht mag. Ein Monte. Ach so. Ich meine, was tut denn der da? Was tut denn der da schon wieder? Das ist Olli. Einfach weil ein Haufen Geld hat und ein riesengroßes. Aber das ist ja jetzt das, also es wird... Der Heno ist auch ein riesengroß und hat einen Haufen Geld, aber der macht das aus Leidenschaft, das kaufe ich ihm ab. Der Monte hat mit dem Zeug überhaupt gar nichts zu tun. Das machen ja mittlerweile Olli. Ich finde halt jetzt mittlerweile so dieses, es ist jetzt zum Glück nicht mehr nur dieses Streamer-Bubble, sondern es sind ja auch Fußball-Profis dabei. Ja, es ist Fußball-Profis. Aktive. Aktive Fußball-Profis. Der Kramer zum Beispiel. Ja, aber es sind da Podolski, der spielt ja auch noch offiziell irgendwo in Polen oder wo ist denn, spielt er noch offiziell in Polen? Hummels, die zwei haben die Schirmherren von den ganzen. Spielt der Hummels auch noch. Werdig? Die haben doch alle schon Mitte 30. Ja, aber was sollen sie machen? Die brauchen auch noch Geld. Ja, stimmt. Der Weltmeister hat mit Sicherheit nicht genügend Geld in seinem Leben mit Fußball verdient. Ich glaube auch nicht. Der macht jetzt dann bei den Unchanged Games mit. Nicht Unchanged. Doch, Unhatched Games. Unhatched, was ist das? Da haben wir vorher drüber geredet, du Zipfe. Mit den Investoren. Also das. Ich habe eben den Begriff vergessen. Das hat vorher nicht Unhatched geheißen. Dann werde ich mit dem Podcast anhören. Vorher hast du auch ein anderes Wort gesagt. Enhanced. 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 Enhanced Games. Enhanced. Enhanced Games. Enhanced Games. Irrtzeit. Gut. Sehr gut. Jetzt kann ich mir, glaube ich, auch merken. Was heißt das? Was war das? Erste Woche? Enhanced. Was? Ich habe jetzt nur so halbend drüber geredet. Enhanced. Okay. Ja, das kriegen wir schon. War eine coole Sache. Ach, das war's schon. Das war's schon? Ja. Was habe ich sonst da drin diese Woche? Ich kriege manchmal auch, aber da kann ich mit dir wahrscheinlich nicht drüber schmerzen. Da brauche ich einen Kahnfried. Okay. Kahnfried. Kahnfried. Wie er dazu geworden ist und diesen ganzen Zeug hat geschaut hat, das ist schon ziemlich cool. Das funktioniert einfach immer noch. Wenn du den riesen Wrestling-Saal sechst und so weiter und dann geht das Licht aus und es kommt der Gang. Da kriegst du immer Genshaut. Das hat, der Typ ist mittlerweile 60, glaube ich, oder Mitte 60, glaube ich, sogar. Weißt du, wann der in den Ruhestand gegangen ist? Letztes Jahr, glaube ich. Letztes Jahr. Völlig, Alter, wie kaputt muss. Also jetzt hat er körperlich kaputt, der sein muss. Der hat das 30 Jahre lang gemacht. Ja, aber der ist auch sehr lange jetzt, die letzten 10 Jahre, glaube ich, ist er immer sehr lange ausgefallen wegen diverser Problemchen. Ja, trotzdem. Du die mal Mitte 50, lass dich einmal vom dritten Seil. Ich bin nicht einmal Anfang 30. Von jemandem Tombstone. Ja, ich bin noch nicht einmal Anfang 40. Und denke mir so, das machst du mit mir genau einmal. Und dann bin ich halt einfach tot. Dann war es nicht. Und das ist schon ganz geil. Ja, da gibt es auch. Der war beim Podcast beim Rogan, da haben wir auch schon ein paar Mal geredet, dieser Army-Podcaster war dann da und erzählt da seine Geschichte, wie er zum Andertaker geworden ist und so weiter. War schon lustig. Das ist eine sehr coole Geschichte. Das ist eine absolute Ikone. Und dieser Typ, den kennt jeder. Wenn du meinst, so eigentliche Wrestling-Ikone, wie zum Beispiel der Hulk Hogan. Ja, den kennt jeder, ja. Natürlich eine Legende. Rainer Stereo. Junior. Da habe ich auch was angeschaut, wie den seine Geschichte ist und so. Und den haben wir dann noch zum Beispiel, den jeder kennt der Rock. Ja, der Rock, richtig. Triple H vielleicht noch. Triple H, dann haben wir noch. John Cena. It's John Cena! Die Minster hat schon sehr stark reingehen. Was haben wir noch? Erinnern mich danach noch mal ganz kurz an TikTok-Trend, witzig. TikTok-Trend? Ja. Muss ich da mitmachen? Ich bin jetzt auch TikToker. Ich habe ein Video gemacht, das ist über 250.000 Euro. Bin jetzt auch TikToker. Hobby, ja. Oli haben behindert. Können wir uns hängen. Lebenshilfe Hand. Vor allem die linke Hand. Lebenshilfe Flosse. Aber der Undertaker, der war da, wie die alle angefangen haben, und war immer noch da, wie die alle schon wieder weg waren. Das ist eine absolute fucking Legend, der Typ. Wo ich mich jetzt eingefüllt habe, war der Moment, wo ich das letzte oder vorletzte Woche ein Video gesehen habe. Real Mysterio Junior gegen Real Mysterio Senior. Ja, das habe ich auch irgendwas gesehen. Das war die Woche erst oder letzte Woche, habe ich das Video gesehen. Und dann haben wir gedacht, war leck. Nein, nein, der Real Mysterio war ein High Flyer. Das war jemand, der sehr viel rumspringt und so akrobatischen Scheiß macht. Six, one, nine. Six, one. Weiß ich nicht mehr. Das ist doch sein Kick, oder? Six, one, nine. Sein Special Move? Ich weiß nicht. Das ist doch der, wo der in dem Mittelnetz hängt, so. Und der geht dann praktisch hin, fasst sich zwischen die zwei Netze und kickt ihn dann von der Seite ins Gesicht. Er läuft dann ins Netz, er braucht es und macht es. Ja, ich erinnere mich. Ich weiß, was nicht, wie der Move heißt. Ich glaube, Six, one, oder vor, one, six, one. Ich glaube, Six, one, nein war es doch. Wollt ihr nicht? Ja, der Most Legendary ist trotzdem der Tombstone vom Undertaker. Das schade einfach so, das ist der Joke Slam. Oh, ups. Joke, Würgen, Slam, Slam. Der Tombstone ist sein Kopf zwischen Taxen, in Tee, und dann mit dem Kopf in Bono. Das ist schade, was du weißt, aber okay, der ist hin. Okay, der ist tot. Und der Powerbomb, der ist auch noch ziemlich assozial. Vor allem von jemandem wie dem Undertaker, der 2,20 Meter groß ist. Oder Big Show. Der Big Show, gleich wieder. Der ganz fette Riese. Der Giant. In meiner Welt hat der, glaube ich, noch Giant gekostet. Nein, ich glaube, das war der. War derselbe. Nein, war derselbe. Ja, das ist, wenn, da bin ich früher auch lange nicht dahinter gestiegen. Das ist ja im Prinzip so, Wrestling wird WWE, WCW, WWF und so weiter, ist eine Firma. Rawr. Rawr. Ist eine Firma, und da sind die Wrestler angestellt. Und du kannst natürlich, deswegen heißt der Hulk Hogan, hat bei der WWF Hulk Hogan geheißen. Dann ist er irgendwann zur WCW, und da hat er dann Hollywood Hogan geheißen. Der darf in den Namen nicht. Ja, genau, der hat das Gimmie geheißen. Und bei denen, wie der Undertaker, ist er dieser Totengräber-Gimmick. Und der Hulk Hogan ist, weiß ich nicht, was der in seinem Gimmick war. Der Bart. Und der Hollywood Hogan und so weiter und so fort. Und ich glaube, in der WWF hat er Giant Giant gekostet und in der WCW dann Big Show. Und dann wieder in der nächsten Firma, wieder irgendwie anders. Es war auf alle Fälle der 2,50 Meter, 300 Kilo Hüge. Den hat der Goldberg mal gecheckhamert. Das, wie ich gesehen habe, habe ich mir gedacht, war leck mich am Arsch, oder? Den musst du, was die an Kraft haben und zeigt, das ist Wahnsinn, ja. Das sind professionelle Athleten. Das ist ein Wahnsinn. Die haben ja mittlerweile auch Akademien für sowas. Das ist ja wirklich, da haben der... Ja, da lässt du einen Haufen Geld damit verdienen. Und was die, die machen ja den Körper kaputt damit. Das ist ein Wahnsinn. Ja, natürlich. Wenn du am Undertaker mal zuhörst, wie viel Rücken-OP ist, dass der hat und noch kriegt. Und was die heute alles einschmeißen und zeigt die Sterne alle, ihren Herzinfarkt, komisch weiß. Und der Goldberg, der hat eigentlich nur zwei oder drei Moves gehabt. Das war das Bird Tackle, seine Fuß und dann halt der Finisher, der Jackhammer. Das ist da, er bückt dich runter, steckt deinen Kopf da unten rein, tut deinen Arm da so hinten drüber. Dann braucht er dich an der Hosen und hebt, dann hängst du mit dem Kopf da drin und hebt die senkrecht in die Luft. Und dann fällt er wieder runter. Und er ihn nicht, dann hält er dir eine Zeit lang so und dann nicht hinten runter, sondern er dreht die, unterm Fallen, dreht er die auf den Bugl und springt mit dir. Und das schaut richtig asozial aus. Also das, wenn der Typ auf dich drauf prügelt und du runterfällst. Und das hat er mit dem Big Show gemacht. Und der hat den zwei Sekunden in der Luft, so hat er mir gedacht, alter, wie du den 200 Kilo Hühnen, keine Ahnung. Und er hält den wirklich senkrecht in der Luft, schmeißt ihn um und das Publikum rast völlig aus. Ich kriege selber Gänsehaut davon, wenn ich davon schmeiße. Ich meine, das ist Wrestling, aber es ist geil. Ja, das ist schon. Also ich finde das immer wieder, es ist auch faszinierend. Und es hat nicht einmal die Spannung, dann raus, nur in dem Moment, wo du erfahren hast, okay, so ist gespielt. Das kommt ja relativ friert. Als Kind glaubst du natürlich nicht. Natürlich ist es echt und so. Aber so spätestens, wenn es einigermaßen ein Hirnbeinahe und so, wie soll ich denn das echt sein? Die hat noch nicht gebraucht. Und ja, und es wird immer noch, ich finde, ich feiere es immer noch, wenn irgendwelche Leute die Freundin wieder packen und dann wie John Cena praktisch ins Wasser werfen. Ey, es ist immer geil. Das haben wir mir im Freibad auch gemacht, im Razor's Edge. Einfach. Die hebsen so in den Tee und ihr hängt Rücken und Rücken auf den Hausten und so ins Wasser rein. Und natürlich haben wir das auch gemacht. Das war schön. Und das, wenn es richtig keiner hast, unter anderem die Grausgnühe, also richtig weh im Wasser. Aber das hast du aber nicht zugehen. Natürlich nicht. So, Florian, letztes Thema. Wir haben ja fertig. Ganz kurz, noch ganz kurz, noch ganz kurz. TikTok. 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 Es gibt wieder so einen guten Trend und den feiere ich wirklich. Es gibt, diese Sprichwörter werden da auseinandergenommen und das feiere ich halt übertrieben. Zum Beispiel, wenn du bei einem Steinewerf-Wettbewerb mitmachst, aber dein Gegner im Glashaus sitzt. Du verstehst? Okay, das war's für heute, Florian. Danke für Ihren Beitrag. Die heutige Folge war... Oh, Mann. Nein, Florian, das ist einfach nicht mein Humor. Da muss ein gescheit guter kämen. Ja, ich schick dir noch einen guten. Wir haben ja bei mir im Stream ab und zu eine schlechte Witze. Also haubleibere schlechte Witze. Jetzt hast du gewinnt. Aber manchmal haben wir eine richtig gute dabei. Ich weiß nicht, ob ich dir den schon erzählt habe. Dann habe ich auch noch nicht gekannt. Den verzeih ich momentan oft, weil er wirklich krank ist. Ja, dann erzähl's mir jetzt. Weißt du, warum sie in Afrika keine Drei-Sat haben? Ich kriege nicht einmal zwei-Sat. Die ist unfassbar gut. Du hörst mich fast vom Studio, aber ich kriegst voll lauter. Ich kriege nicht einmal zwei-Sat. Ich weiß, vor allem, du kannst bei jedem zuschauen, dem du das erzählst. Und dann auf einmal so, oh mein Gott. Stark. So, Florian, danke für Ihren Beitrag. Ich bedanke mich selber bei mir für meinen Beitrag. Connie, guter Tipp. Das nächste Mal rasierst du's ganz weg. Du bist ein sehr der Pfotzen grober. Und das ist unfassbar. Und wenn du hast nächste Woche wieder Muschi jetzt in der Knirscheibe, dann gibt's so eine auf den Senkel. Trotzdem hat das heute Spaß gemacht. Ja, war cool. Besser als gedacht. Ja, besser als gedacht. Für das, was man vorher nur beim Dönerfressen da gesehen hat. Oh Gott, gar keinen Bock mehr. Gar keinen Bock. Sagen wir einfach, wir haben einen Bauchweh oder so. Ja, aber Spotify dankt sonst. Ich wollte übrigens noch schnell sagen, da liegt ein Comic von Superman und Batman vs. Aliens und Predator. Das ist das narrischste Crossover, das ich jemals gesehen habe. Und ich habe mir gedacht, das muss ich mir kaufen. Jetzt hast du's. Und so habe ich's. Das habe ich im Keller gefunden. Das habe ich schon seit 20 Jahren. Und dann hast du das damals schon gedacht. Das war DC Premium 52. Und das kostet 20... 20 Euro. Ja, ist ein Hardcover. Die ist vor der Inflation. Und das sind übrigens alle The Boys-Comics, da sind immer fünf Stück drin, die haben auch schon 20 Jahre alt, glaube ich. Da wollte ich auch hergelegt, da habe ich mir gedacht, der Confred und so weiter, hätte ich mich mit ihm drüber unterhalten können, da würde ich es wieder zuschauen können. Was soll ich mich hoch? Oh, was soll ich mich hoch? Ich leise dir und bis zum nächsten Mal, ich lese das alle. Nein, ich mag aber Pinky and the Brain legen. Die liegen da hinten. Das erste Heft, Pinky and Brain. Das ist ein guter. So, jetzt verpissen wir uns. Ja. Captain Slamtastic. Da sind auch zwei Simpsons, sind auch dabei, ich glaube 17 und 18 oder so. Da habe ich leider nicht angefangen von 90. Nein, nein, nein. Jetzt halten wir uns einmal, schleichen wir uns bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße an die Spotify. Bewerten Sie den Podcast bitte mit fünf Sternen. Ja, keinen weniger. Und schreiben Sie in die Kommentare hinein. Wo es gelbe an der Folge, weil wir können jetzt mittlerweile die Kommentare... Wir können ja Fragen stellen. Auf Spotify ist da immer automatisch so ein Q&A, wo es einfach heißt so, wie fandest du diese Folge? Ja, wir brauchen Feedback. Und so in fünf, sechs Leute schreiben da über Ja, super was. Ja, ich bin der Erste. Schreibst du mir irgendwo so eine. Keine Ahnung, na geht nicht. Nein, die schlechte Witze. Rot sind rot, Falken sind blau, Reimen ist schwer. Ich bin der Bierger und ich bin ne Sau. Bier ist gut. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Na, ich will sie sein. Die Falken sind blau, rot, rot, ganz schwer. Wie so. Ich habe mein Kot. Mein Kot.